um er hätte schon mal die lüte mann hoch geht die schwarze durch mich zu schauen zu werden kann ich hier alles durch erzeugen weil ich kann damit der muss dann dauert es wieder ein bisschen länger muss ich mir nur sagen weil ich immer zum block er ich weiß nicht zu welchen wir gehen sollen ab und block zum einzelnen und block die gewertet ist mehr essen als medizin immer zum einsenden und man suche nicht über bp-servers und kreiber aber wirklich nur pvp gespielt ich habe eine kamoklage jetzt machen ok Alles klar? In der Haus? In der Haus schon, aber oben drauf gucke ich jetzt mal. Aber ich muss echt die Wache wegstecken, damit er die oben nicht direkt wieder zieht. Wieso nicht? Ist doch schlau, wenn er die zieht. Ja, aber möchte ich erst im Liegen erst gerne wieder ziehen. Ja, perfekt. So. Beispiele kommen, ich weiß mehrere kommen, gehst du später runter und... Äh, 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 wo? Ja, unten, unten, hinlegen, hinlegen, hinlegen. Jo, 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 geht anderen Block hoch, ja? Ich seh's, ich seh's. Spaß, der Driback. Ja, bereit machen. Geht der wirklich den anderen Block hoch? Ich schätze mal, ja. Ich schätze mal. Machen viele. Wenn ihr die Leitung hochkommt, müsst ihr jetzt weg sein. No, jetzt hörts nach. Jetzt hab ich mich ein bisschen erschreckt. Du musst halt aufwärtsen, denn ich leg mich so lange hin. Du bist beinlos bei mir, ja. Äh, würde er vom Block, wo wir ihn nicht sehen würden, würde er hinterher in den Wald laufen. Aber das müsstest du theoretisch sehen. Der wartet da doch, ist stimmt. Ach, halt vor allem nur. Ja, und die Leiter bräuchte ich jetzt gar nicht mehr so. Was hat der aber nachgebracht? Ich war mir nicht sicher. Der läuft da hoch, der läuft da hoch, der läuft da hoch. Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Guckt auf uns. Ja, der hat uns vielleicht gesehen, oder? Oh, 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 ja, der guckt auf mich, der guckt auf mich. Ja, du schießt, ne? Der guckt nur auf mich. Ja, warte. Boah, ich muss das einloggen. Boah, jetzt will ich noch den Bug ausnutzen. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, warte, warte, ich muss den Bug ausnutzen. Hat er sich da hochgegoostet? Weiß ich jetzt. Der gibt's mal alle Leiter. Noch, nochmal in den Leiter. Ja. Und der ging ganz daneben. Ist er tot? Nein. Der hat sich nicht bewegt. Der bewegt sich nicht mal. Ah, wie schießt. Ist das dieses Lüftigen? Weiß nicht. Voll gegen diese Cable. Ja, ja, wahrscheinlich sind die Hitboxen zu groß davon. Ah. Laden wir mal nach. Komm, steh auf. Steh auf, du Huche. Du musst mir halt immer Deckung geben. Ja, ich gucke jetzt, wo der ist. Der ist hinter dem Ding, glaube ich. Ja, aber auch schlechte Position hier. Aber ich wusste auch nicht, wo der ist. Das ist echt eine ganz kleine... Oh, er guckt vor. Nein, doch nicht. Äh, Enric, kannst du versuchen runterzugehen? Und den zu ghosten? Äh, nicht zu ghosten, aber ich meine hier einfach runterzugehen und von unten zu bekommen. Ich bleibe hier und versuche es zu überleben. Der sollte mich theoretisch gesehen nicht treffen. Hat er auch nicht gerade geschafft. Bist du das ein Bein? Äh. Äh, ja, ja. Aber die Sache ist, dass ich... Ja, du wirst die Leiter hochgehen, aber er wird es nicht direkt auch für dich versuchen. Wenn du es versuchst, wenn du es schaffst... Aber nicht, dass er jetzt hier sieht, dass ich, äh... Dass ich hier die Leiter runtergehe, weil muss ich ja auch erst hochgehen. Wo ist er eigentlich? Der steht da gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht aufs Sack konzentrieren. Ich habe einfach nur um die Demo gelegt. Weiß nicht, ob du da hingeguckt hast, aber... Ja, ich habe also nichts mehr gesehen da von dem. Ist er tot? Nee. Nein, der hat sich hingelegt. Ich habe es doch gesehen, wie der sich hingelegt. Geh, goh, hau mal rücken. Geh nicht hinter mich. Das sieht man, das sieht man, das sieht man, das sieht man. Du musst ganz an der Seite miteinander liegen. Weil der hat ganz nah an mich gesch... Toll, das war diese... Die Luke war schuld. Ich bin wieder aufgestanden. Schnell runter, schnell runter, schnell. Ja, ja, warte. Ist der noch... Ja, Henrik, der kann ich auch so töten. Deswegen, runter ist ja eine einzige Möglichkeit jetzt. Tschüss. Näh? Ach, du bist gleich noch geblieben. Ja. Da liegt noch ein Zweiter, oder bist du... Das bist du, das bist du, das bist du, gell? Bist du? Ich liege da nicht. Nicht? Nee, ich bin so... Da ist noch ein Zweiter. Hä? Ja, ein Tod, ein Tod, ein Tod. Ich hab den... Ja, da war noch ein Zweiter auf dem anderen Dach. Hast du einen Tod gemacht? Jo. Zweiter auf demselben Block? Ja, und der hat auf den... Der hat auf den geschossen. Ich weiß aber nicht, ob der noch lebt. Ich glaub, der lebt aber nicht mehr. Wie ist der denn da hochgekommen, bitte? Ja, ja, den anderen Block. Der war auch voll eklig. Der hat auch... Hatte was an, auch. So, ich bin wieder oben. Der Zombie ist weg. Der hat den getötet. Das ist das perfekte Double gewesen. Wenn der den getötet hat, ich hätte ihn dann getötet. Funk der auf den Leitern? Ich weiß nicht, der liegt. Der liegt. Ich seh ihn nicht. Du kannst aber leicht die Leitern hochklettern und du siehst schon ein bisschen hoch. Also, das solltest du schaffen. Und dann direkt wieder runter. Dann siehst du, ob der tot ist. Der andere ist auf jeden Fall tot. Das musstest du schaffen, Herr Leck. Also, lebend schaffen, sag ich jetzt nur so. Ja, ich weiß aber nicht, wo der ist. Also, von meinem Sichtwinkel sehe ich da nur einen Toten mit dem Schwarzen. Ach, mit dem Schwarzen, der ist tot. Der Schwarze mit gelbem Drive weg. Nee. Den hab ich grad getötet. Meiner ist tot. Okay, gut. Okay, gut. Der hat den getötet. Ja, wir sind clear hier. Ja, loot man beide. Ich glaube, das ist der. Das ist mit dem Schwarzen Drive weg. Ja, das ist der. Ja, außer die haben sich jetzt schon die Sachen getauscht und der liegt jetzt hinter mir, den ich nicht sehen kann. Nein, nein, nein. Da war nur einer. Da war nur einer und ich hab den anderen getötet. Hab ich aber leider nicht auf Aufnahme. Jetzt bist du da oben. Hi. Der andere liegt auf dem anderen Dach. Den hab ich grad getötet. Ach so. Ja, okay. Locker easy, Offenbach, Bruder. Ja, das ist ja mein Plan eigentlich. Hab ich grad zu schnell geschossen. Ich glaub, der hat eine AK gehabt oder SKS. Hast du beide getötet? Ja, nee, ich hab nur einen getötet. Der hat den anderen getötet. Und der andere? Ach, der eine hat den anderen auch so. Na wunderbar. Ja, du kommst da. Hab ich voll erschreckt, als er alle aufgerollt hat. Oh, ein bisschen Mose-Munition und Revolver. Und ein Revolver, meinst du? Okay, und was hat der noch sonst? Schönes Messer, ganz viel Essen natürlich. Das brauche ich, ich brauche, bringen wir jetzt aber nicht wirklich mit. Oh, der hat Protected Case. Ich gucke gleich mal rein. Nee, nee, haben wir nur mit. Ja, ja. Der hat alles ruiniert. Ja, ich hab da alles ruiniert. SKS hat der halt. Ja, und was noch? Was ich kennengelernt habe? Eine Bärenfalle. Ja, also ein ruiniertes Long-Read-Scope. Matches. Was hat der für eine Hose? Essen. Black Jeans. Und der andere? Weiß ich gar nicht. Ich brauche eine Hose. Brauchst du die SKS irgendwie noch? Nimm du die. Lester. Der hat bestimmt wohl nie dabei gehabt. Kannst du das halt auch machen. Nee, 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 hat der nicht. Wäre echt gar keine. Oder nicht gut. Oh, noch vier Schuss da drin. Ist der vielleicht ein Protected Case? Boah, im Protected Case hat der einen Suing-Kit und Pumpkin-City. Ja, die kann ich ja direkt weglassen. Dann geht es nur so, wenn in den nächsten drei Minuten jemand kommt, dann gehen wir runter. Und such mal in der City. Oder du gehst runter mit. Ja, geh du mal runter mit. Schott, äh, Schott, äh, Schott. Und ich chill hier oben. Aber ich hab viel zu viele Sachen dafür, jetzt runter zu gehen. Und wenn auch. Morgen ist, äh, Vibe. Glaube ich nicht. Und auch wenn, dann ist es eben Mittwoch vorbei, weil du morgen eh nicht spielst. Ist ja auch auch scheißegal. Ist ja egal. Jetzt geh einfach. Du hast eine Schottfindung und kannst dir eben oben nichts ausrechnen. Nichts. Hat man ja gesehen, dass ich schon wieder auf die Entfernung hab. Wurde irgendwie abgehauen. Aber du hast zehn Meter daneben getroffen. Also der Einschlag war zehn Meter daneben. Kannst dann so aufstehen. Und wenn ich, wenn, wenn, wenn hier einer vom Seite kommt, dann bin nur ich tot, nicht? Wahrscheinlich, ja. Ja, da ist ein Spieler, äh, ähm, am Arzt, zwei. Okay. Nee, 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 Zombie. Aber ich glaub, nix war. Ich, ich beobachte mal. Geh mal zu dem. Beim Arzt. Ich esse erstmal, ja. Dann geh ich da hin. Ich hab ja den Zombie von denen getötet. Boah, das ist echt cool. So friendly zu sein und die Leute die ganzen, so die Zombies vom All setzen. Macht schon Spaß. Oh man. Ich mag friendly sein. Das ist lustig. Ich hab ja gerade echt einfach den Zombie weggehauen. Da ist er. Siehst du ihn? Der läuft da hinten rum. Wo dann? Rede mal mit dem, bitte. Ja. Sag, dass dein Kumpel einen Zombie für dich ist. Wenn du dich getötet hast. Hallo. Klick dir mal so in eine Richtung hier, ich will verhaften den. Ja, ja, friendly. Woher sind du? Ich bin mit dem, ich habe keine Bandage. Ich brauche mal was. Ja, ja. Was denn? Äh, ich hab ein Bandage gegeben. Wer ist das? Er hat mir was gefragt, hat er was gefragt? Wizzle 2.0, ich glaub, der ist, äh, der ist, äh, Brite. No, no, we're friendly. No, hier, man. Äh, du spaust. Ne. Mew spawn direkt auf, direkt weg zum Blockhände. Ich glaube, das ist vielleicht einer, der getötet wurde. Ja, ich, ich geh mal gucken. Der hat schon Angst gehabt, mit Zitter der Stimme hat er gefragt, ob er irgendwas droppen soll. Äh, ja. Ah, er ist tot, ich hab ihn getötet. Ich guck mal, wer das war. Äh, was? Hab ich zweimal, ja, ich hab den noch Hedgehog gegeben. Zweimal getötet? Ist der auch gekommen? Ja, der ist als Geister, aber, ne, 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 der läuft draußen. Äh, der läuft, äh, ist beim Brunnen so ungefähr. Jetzt links, jetzt links war ein Zombie. Hab ich den getötet. Weggegangen. Warte, wie? Ja, der, der, den hab ich das ge... Ah, okay, der hatte den Besen. Ja, ja, ich weiß nicht, ob der Waffe hatte. Ich glaub, ne, SGS hatte der. Der hatte nix. Ja, kann, hat er nicht, aber so hier, ja. Ich schätze mal, dass einer den... Ach so, du meinst, der, der hier liegt, oder was? Ja. So, ich sag jetzt hier, den ich getroffen hab. Nee, nee, der hat SGS, glaub ich, glaub. Der hatte ganz sicher eine Waffe dabei. Ja, ja, der hat eine Waffe. Warte mal. Alter, Nico! Ich sollte dem noch einen Hedgehog geben. Ich lieg da direkt in dem. Der hatte einen Sport. Ja, ich hab einen Long-Rings-Gauer auf. Also, Henry, ey. Der hat einen Sportler gehabt. Ein bisschen Angst gehabt, oder? Der hatte total Angst, der eine Typ. Echt? Ja, ich glaub, wegen meinem Schuss. Schätze ich mal. I did bang just fuck my life, hat er gesagt. Zu dir, oder was? Ja, ja, weil er, der hatte total Angst gehabt. Und dann sagt er, was willst du? Soll ich was droppen? Ich kann echt die Morden-Chem machen, Leute. Und er legt auch so auf meine Kamera. Soll ich erst droppen, ob ich sie ist. Nee, ich hab da gesagt, nee, wir sind freundlich. Ja, bestimmt nicht reden. Siehst du ihn? Ja. Er läuft weiter oder bleibt er stehen? Ja, er läuft weiter jetzt. Ja, schieß auf ihn. Schieß auf ihn, schieß auf ihn. Schieß auf ihn, egal wie der... Man weiß nicht, man weiß nicht. Schieß auf ihn, einfach an die Beine. Das sind die Beine geschehen. Er war so schüttend an, äh, enemies. Er redet da gerade? Ich hab gesagt, ich hab mich nicht auf ihn geschossen. Du kannst sagen, was ist das. Ich hab mich auf ihn geschossen. Aber er hat nicht auf ihn geschossen. Und ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn in den Kopf schießen können. We don't want anything. Basically, we are friendly, but... We shoot at enemies. Like we are the friendly camper. I'm the enemy at all, right? Because you don't even know me. The friendly camper. Wo seid denn ihr, Henry? You're not the enemy exactly. We did not shoot at you either. Leicht nicht, ne? Bei der Tankstelle. Bei dem Haus. Okay, well, I will leave. I will leave to be sh**, man. Da ist er, ja, kann weg noch. Falls ihr dir was tun will. See you later, man. Können wir ein bisschen weiter nach vorne kommen? Er rennt, er rennt. Ja, er wollte weiter. Kannst du mir in die Beine schießen, bitte? Der Demi doch nichts tut. Das ist derselbe wie eben. Wie derselbe wie eben. Ah, das ist ja Ami. Ja, ja, der, der eine. Also, ich hab ihn nicht so am bisschen abschießen. Er hat, er hat gesagt, er wird jetzt, er wird jetzt eh aus der Stadt gehen. Das wir ihn vielleicht doch laufen lassen. Sofern ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja, ja, ich bin beim Kiosk. Okay, ein bisschen null. Hier ist einer. Ah, hier liegt einer. Man, don't shoot, man. Bei mir, bei mir drinnen, bei mir drinnen. Drinnen? Why are you shooting? I'm a friendly camper. Er hat auch gehört zu schießen. Man. Ist der beim Block oder was? Oh, er schießt, er schießt, er schießt. Man, why? Komm schnell, bei mir. Obe ist es geschossen, Henrik. Obe ist es geschossen, ich gehe hoch hier. Der lebt doch noch. Ach so, der ist, aber bei deinem Block oder wie? Ja, bei mir. Ich sag ja, da hat jemand getrunken. Ich lebe aber noch, ich lebe aber noch. Der muss, you bastard, man. Also, bei deinem Block oder wie? Nee, der hatte Schrot für den, der hat ganz schleusig geschossen. Der hat mich viermal oder so getroffen. Ich lebe noch, ich lebe noch. Bei mir im Block, ja. Ja, ja, ja. Alles kaputt. Oben ist unten. You bastard, man. Why are you shooting? I'm a friendly camper. Oh, der ist links reingelaufen. Nein, der lebt noch. Der hat gesagt, er ist tot. Ja, ja. Sure, man. Ist der noch drin im Block? Ja, 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 ja. Gleich bei der Leiter in den Raum rein. Ich sag dir doch, der ist die ganze Zeit dort. Der hat gewartet. Ich hab den einmal getroffen. Ich glaub, der wird an Kantschus, wenn er sich nicht mal nerviert. Schnell. Ja, ja. Boah. Okay, ich hab meinen Spieler getroffen. Oh, hier ist keiner mehr. Wie lange hat der denn gewartet? Alles ruin. Wo ist der? Wo bist du denn? Ich bin drin schon. Ja, oben. Ganz oben bei mir. Nicht auf dem Dach, aber im obersten Geschoss. Ja, ja, da guck ich auch grad. Ja, links dann. Direkt bei den Tra... Ja, genau, da rein. Und dann irgendwo dort. Ist der tot? Hier ist er. Lebt er noch? Ja, ich glaub schon. Lebst du noch? Ja. Komm runter. Ey, Hennig, hast du das? Mit dem Bohr? Nee, das war der andere. Wo ist der? Nein, nein, tötet ihn nicht, tötet ihn nicht, tötet ihn nicht, tötet ihn nicht. Tötet ihn nicht, Hennig, bitte tötet ihn nicht. Du willst quälen, ey. Wo ist der? Wo ist der, wo ist der, Hennig? Er will meine Mutter ficken, der ist... Wo ist der? Der ist, als tiefer ist der. Und wo? Ich glaub, hier rechts ist er weitergelaufen. Da ist noch ein Kind. Ich fass auf der Treppe auf, okay? Ist der hier? Der wollte meine Mutter auch. Währenddessen ficken, ja klar. Ich fass auf der Treppe auf, Hennig. Ganz schnell. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist vielleicht noch eins tiefer gegangen, glaub ich, ja. Oder der ist nach oben. Ich guck oben. Der ist nicht oben, der ist runtergelaufen. Ich weiß ja ganz genau das. Dass der hier... Guck Tosseln nach. Einfach... Die anderen, geh du alles ab. Geh du alles ab. Der läuft bestimmt raus, Hennig. Ganz sicher. Oder in den B-Nach versteckt er sich. Das ist noch jemand, hat da geredet. Ein kleines Kind oder sowas. Muss aber nachladen. Muss das sein? Ich hätte nur zwei Schuss. Der ist draußen, der ist draußen. Der kommt wieder, der kommt wieder, Hennig. Der kommt wieder rein. Oder? Ne. Der hat er blutet. Kommt, der ist draußen, der ist draußen. Nicht schießen. Schieß ihn ins Bein. Schieß ihn ins... Schieß ihn ins Bein, Hennig. Schnell, schnell. Obwohl, nicht... Nein, schieß ihn nicht ins Bein. Schieß ihn nicht, schieß nicht. Ich komm. Der kommt rein. Hey, ihr Neub? Oh shit, euer Freund ist da. Alter. Puh, das war aber eine Spur zu knapp jetzt. Ja, Nico ist jetzt weg. Haben wir den noch bekommen? Und das war's mit Nico. Alter, der ist rausgeglitscht und vom Dach gefallen. Alter. Wie unschön. Naja, dann war's das hier für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und ich werde mich auch jetzt ausloggen. Bestimmt kommt der Vibe eh bald. Bis dann.